So. Wieder ein Fundament falsch gesehen. Bitte gleich zum Ehen. Nein, nicht da unter. Der Ehrl ist ja glaub nicht klar. Echt, ganz ehrlich, diese Fundamente, ne? Wer das gebaut hat, dass man das nanomillimetermäßig da austarieren muss, ne? Das würde ich gerne nachträglich noch erhängen. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Damit ich da... Ach so, hier lang, ne? So. Jetzt poseniere ich die Dinger zusammen hier. So. Und dann lege ich die beiden Lines nach oben. Und hier lang? So, der Produktionsstelle. Dann habe ich nur beide Dinger gebaut. Was ich brauche. Dann brauche ich nur noch eine Tüte Strom und viele Gabeln. Und dann geht das los hier, Simio. Dann kannst du die anschneiden. Äh, musst du mal gucken, was da in den Kisten noch liegt. Vielleicht liegt da was drin, aber was du gebrauchen kannst. Ja. Ich erlaubs dir, was du dich daran bedient hast. Danke, danke. Bitte, bitte. Werbe, werbe nie nur die Rüste. Ja, so bin ich halt, ne? Ja, das, ich weiß. Ich bin eine Mutter ohne Brust. Na ja, die Brust, da kannst du ruhig schon mitnehmen. So. So, wie lang? Ich muss mal eben gucken, wo ich... Mal gucken, ob ich da mit einer Rampe hochkomme. Das wäre richtig. Ihren Haus. So, wie lang? Ah, jetzt muss ich erst mal da irgendwie wieder hochkommen. Ah, ich hasse das. Jetzt muss ich mir wieder eine Rampe bauen. So lang. So lang, bitte. Warum nicht nix bauen können? So durft sein. Oh. Dann machen wir es halt hier hin. Oh. So. Komm ich jetzt da rum lang? Ich weiß hier deine Musik. Was sagst du? Die hast doch nicht laut laufen bei dir, die Musik, oder? Wieso hörst du die? Gerade hab ich irgendwas gehört. Aber laut. Ich kann sie auch eingebildet haben, aber... Laut ist die nicht. Hm. Hm. Aber vielleicht hab ich grad meinen Kopf so bewegt, so leicht, dass sie durch den Kopfhörer kam. Vielleicht. Wäre sehr lustig. Ja. So, dann nimm' wir das hier mal wieder weg. Das nimm' wir mal weg. Ähm. Tachchen. Manchmal klickst du und er macht nichts. Wo sollen sie denn vor allem? Ja, das hab ich mir auch gehabt. So, warte mal. Kommen wir hier. Ich muss das leider so ein bisschen improvisieren hier. Ja, muss ich im Moment auch noch so ein bisschen. So. Und das splitten wir dann wieder auf in die beiden Produktionen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Und die stellen wir... So. Wie groß ist'n die? Nein. Oh, falsch angeklickt. So. Das wollte ich haben. Danke. So. Kratz, kratz, kratz. Kratz, die Barbara oder? Ja. Äh. Oh, warum ist denn die Brote da? Warum hat denn das jetzt hier falsch rum gebaut? Ist der behindert oder was? Sonst würdest ich schon sagen, dass ich dich meine. Muss ich nochmal zwei Reborn machen? Das ist ja entspannt. Hast du schon mal ausprobiert? Wenn die Leertaste einmal drückst, dann brauchst du es nicht gedrückt halten. Ja. Ich kann upgraden. Ich grade mal Essie Förderbänder für die Stahlträger. Damit wir die Stahlträger schneller ankommen. Let's go back to when trees were swung. Kids across the Lillian in Savannah. Und gleich noch ordentlich Kabel. Toll, ist schon wieder alles leer gleich. Hä? Der Stahlträger, den ich gerade rausgeholt hatte. Die knapp 300 sind gleich wieder leer. Hä, das geht super schnell. Ja. Hä? Ach so. Hä? Sollts upgraden und nicht da an snappen? Ähm. Bist du behindert, Alter? Ob du behindert bist, hab ich gefragt. Hä, das ist... Dann halt so. Mach mal so halt. Ähm. Was ist denn denn das für ein Blödsinn? Was macht der denn hier mit mir? Das geht nicht. Okay, alles klar. Das ist ja wieder in die Kabel. Nein, ich kann nicht mehr upgraden, hab nix mehr. Äh, hab ich die komplette Kohle schon abgegradet? Ach ja, ja, nicht ganz, aber fast. Hier wollte ich die Förderbänder auch noch mal anders legen. Wie gesagt, wir bauen, wahrscheinlich werden wir dann das alles noch mal irgendwie schön bauen, sobald es halt dazu kommt, dass wir... Naja, ich fange sowieso schon so ein bisschen, damit man nicht allzu viel machen muss, was sowieso nie klappen wird. Ja, also... Das Einzige, was mir auch gerade noch so fehlt, sind diese Förderhalter, die man so an der Wand klatschen kann. Ja. Ja gut, da musst du ein paar Gutscheine für drucken. Ja, dazu muss man auch mal ein bisschen was schreddern. Und das macht mit diesen intelligenten Splitter echt ganz gut. Weil wenn das Lager voll ist, dann gibt's mich alles da rein. Äh, achso, meine Säge, äh, bin ich schon so weit hier. So, es laufen jetzt alle Kohlekraftwerke. Okay. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Bio-Dinger wegnehmen oder sollen wir die noch stehen lassen? Ich würd die als Backup immer noch stehen lassen. Also, solange bis wir wirklich sicher sind, dass wir weitaus mehr produzieren, als dass wir verbrauchen unsere Zeit. Also, wie gesagt, lass mich mal hier, äh, die Scheiße hier anklemmen. Ja. Dann kannst du gleich wieder loslaufen. Äh, die verbrauchen ja sowieso auch nur, äh, sobald sie benötigt werden. Das ist ja das Gute daran. Also, der verbraucht ja so nichts. Ja, Mann, das kann man schreddern, das kann man schreddern, das braucht nicht. So. Ja, das kann man auch weg. Oh, zwei Coupons haben wir schon wieder. Was kann man denn da kaufen? Was könnt ihr machen? Oh, Beleuchtungssteuerung, hm, könnte man kaufen. Oh, Treppen könnte man auch kaufen. Ja, ich denke, du willst dein Dings da kaufen. Ach so, die Befestigung. Deine Wandhalterung. Ah, die kauf ich, aha. Oh, ich seh dich in so einem Ikea, weißt du, so. Ja, wir müssen unbedingt Lampen kaufen. Alles klar, ab zu Ikea, weißt du, dann kommst du mit dem Schrank wieder oder sowas. Äh. Wahrscheinlich ist das genau die Wahrheit. Hm, ich bin da sehr, sehr, sehr selten. Außer wenn ich da wirklich hingehe, dann... Dann aber auch wirklich nur für das, was ich brauche. Weil sonst wirst du bekloppt da drinnen. Ja, das stimmt. Ich geh da sowieso super ungern hin. Hm. Mhm. So, die Halterung haben wir jetzt, die Förderbandhalterung. Welcher Wahnsinnige hat denn hier eigentlich diese, dieses Förderband mit dem Kalk durch die Landschaft gegraben? Äh. Ja, der Wahnsinn, ey. Ja, der Wahnsinn, ey. Das war ich, glaube ich. Wer wäre denn sonst? Oh, Kevin könnte ich auch was schlagen, Alter. Oh. Warum? Weil er letztens schon wieder Scheiße gebaut hat. Der, der schmeißt da sein ganzes Inventar in so einen Container, was Richtung Schredder geht. Der Schredder funktioniert aber nicht, weil es gibt ja Items, die lassen sich nicht schreddern. Ah, ja, okay. Ja. Das kannst du dir vorstellen. Ah. Vor allem, warum er sein ganzes Inventar da reinschmeißt, verstehe ich nicht. Stoker, Moinsinn! Das hat er damals schon gemacht. Deswegen wusste ich sofort, wer das war. Hahaha. Er hatte sofort einen Verdächtigen. Ja. Der Verdächtige war schneller mit. Stoker, wie geht's dir mal? Wo ist meine Säge? Ich brauche meine Säge. Nerfensäge? Ah. Ja, die brauche ich nicht wirklich. Ah, da ist meine Säge. Gut, gut. Und selber? Ja. Ich hab Wochenende. Wochenende ist immer was Feines. Hochgehende Wochenende. Jetzt hast du ja. Machst du jetzt Wochenende, ja? Oder musst du ja, genau. Ich hab... Ne. Morgen muss ich nicht noch. Aber wie es so ist, ne? Jedes Mal, wenn man dann frei hat, dann hat man allen möglichen Scheiß zu tun. Ja, ich kenn das. Ich kenn das. Ja. Aber dann kann man sich das wenigstens selber einteilen, weil wenn du auf Arbeit bist, dann bist du ja immer gezwungen, das immer gleich zu machen und so weiter und so fort. Ja. Das kannst du dann, wenn du jetzt hier so alleine unterwegs bist, für dich, für dich allein, auf dich allein gestellt, ist das ein bisschen. Ja. Oh. Achso, du hast erstmal ein bisschen Tag. Ja, ich baue das... Das ist jetzt sozusagen schon das Ende für die Rotoren, ja? Also da über dem Kalk kommt das, ne? Ne? Kommt das hoch. Ja. Kalk? Hä? Das ist Eisen hier? Ja, oder Kalkstein hier. Ne, das ist Eisen. Eisen, sorry. Ja, mein ich ja. Ich dachte, das ist Kalk. Keine Ahnung. Oh, Junge, Junge, Junge. Kalk? Ich hab doch keine Ahnung. Ne, du bist schon so verkalkt. Hahaha. Ich bin gleich verkalkt, du. Hahaha. Hm, wie mein ich das jetzt? Ja, schick, schick. Ja, schick, schick. Da wird's dann immer extrem schön. Doch, das ist ja alles easy peasy. Also alles ist relativ direkt. Ah. Aber wenn du dann da 85 verschiedene Ressourcen brauchst, für drei verschiedene Rezepte, dann wächst dir in Bars. Oh ja. So. So. Die sind alle verborgen. Ich nehm mal hier oben mal das Förderband mit. Okay. Da klinge ich mich schon mal an. Es könnte gut sein, dass gleich die Sicherung rausfliegen. Also, die erste Produktion läuft schon mal. Okay. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich stell ihn schon mal Kuperblech her. Wo steht denn das hier so komisch? Was hab ich denn hier gemacht? Ich geh mal zu anderen Produktionen über. Warte mal, ich muss mal hier was ändern eigentlich. Ich geh auf keine Kuhhaut hier, was hier ist hier. Was denn? Wo denn? Ne, eke, was ich hier gebaut hab. Ne, toi, jetzt hängt er um die Kiste. Oh, wo hab ich den jetzt schon wieder hingebohrt? Nein! Du sollst den nicht hinbohren. Mann, Junge, Alter. Junge. So. Hmm. Okay. Dann machen wir's jetzt auch noch. So. Und so. Die ist alles allein. Die Stromlein. Ähm. Okay. Dann machen wir's halt so. So. Und so? Und so? Ich freu mich auch auf die Strommasten mit mehr Ankopplungspunkten. Achso, mit den sieben, wa? Sehr viel wert, ja. Naja, Mehrwert... Jein. Mal gut, mal nicht so gut. Ja, also gerade hier in so Produktionsbilden, sag ich jetzt mal, bin ich schon wahnsinnig wert. Das Gute, was sie ja mit Update 4 ja auch gebracht haben, diese kleinen Dingern, die man an der Wand klatschen kann. Ja. Das haben sie ja auch geändert gehabt, dass du die ja mittlerweile ja auch an die Decke anbringen kannst. Ah, ok, krass. Das ist aber praktisch, ja. Ja. Ja, natürlich ist es praktisch. Warte, jetzt hab ich keine Kabel mehr. Wie kann man da die Übersicht behalten? Wenn man es selber gebaut hat, geht das, Joker. Aber wenn ich jetzt bei Simi in ein bestehendes Gebäude reingehen würde und da das verstehen müsste, das wäre heftig. Also das wäre auch unangenehm, glaube ich. Äh, noch geht das, ja. Weil du noch relativ mit am Anfang ja auch bist. Ja. 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 So. Das nehmen wir erstmal hier wieder weg. Das sieht schön aus. So. Äh, ich muss mir jetzt noch ein paar Kabel machen. Äh, da kommt jetzt nur das. Das heißt, wir nehmen eine andere Wand. Und zwar die hier. Ich hatte schon ein Problem bei Factorio. Ja, also wie gesagt, wenn man das so nach und nach sukzessive aufbaut, geht das. Ja. Äh, wenn du jetzt aber irgendwo hingehst und dir einer irgendwie so halb gar erklärt, was wo ist und von wo kommt und sowas, das kannst du vergessen. Also, da steigst du ja nicht mehr durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn ich jetzt eine gewisse Zeit nicht mehr gespielt habe, dann geht mir das genauso. Dann verstehe ich mein eigenes Gebautes nicht mehr. Ne, ich war letztens einen alten Spielstand von mir drinnen. Meinen allerersten Spielstand. Ich wusste nicht mehr, wo was ist. Meine anderen Nachrichten hast du verpasst? Ne, ich habe noch nicht alles gelesen. Ich habe immer noch Probleme mit dem Lenkrad damit klar zu kommen. Wochenende hatte ich schon seit heute. Ja gut, das kann ja nicht hin so gut gehen wie dir, ne? Ähm, ja, also der Railfox und ich, wir haben gestern wieder aufgenommen. Sehr zum Verzweifeln von Railfox, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da gab es irgendwie Probleme, wa? Also, der war kurz davor, ich glaube, seinen Controller entweder aufzufressen. Ja, oder mir durch die Leitung zu steigen. Wieso? Äh, und... Hab ich verdient. Genau, Joker. Ähm, mit über 120 Überstunden, ja. Äh, Überstunden kenn ich. Ja, bis halb zwei oder so habt ihr gemacht, wa? Mein Report liegt in einem Vierteljahr bei fast 400 Überstunden. Also, ich stelle mich damit auch nicht. Ähm, ne, der, ja, wie gesagt, mit Controller und so, das ist schon wahnsinnig schwierig. Ähm, und sehr unfeinfühlig, oftmals. Äh, da kann ich's, äh, mir vorstellen und verstehen, dass er da, äh, der Verzweiflung nahe war. Ups, das war das falsche, das wollte ich haben. Ich leite mal schon mal das Förderband bis zum Lager, ja. Dann brauchst du dich nicht mehr drüber. Also, Stein, jetzt läuft der Strom noch, das sieht ganz gut aus. Ist schon alles an, oder? Nee. Es ist alles an jetzt, ja. Okay. Wir müssten ja hier bald die ersten Rotoren ankommen, wa? Ja, ich hab ja noch nicht ganz fertig verbunden. Ach so. Das Förderband tut die komplett nicht. Gucken, wie die losrödeln jetzt hier. Hm. Ja, ich baue die, ich baue ja grad das, äh, Förderband jetzt zum Lager. Und nehmt ihr eigentlich jedes Rennen auf? Ja, tatsächlich. Ähm, und, äh, das Projekt ist ja so gedacht, dass ich, ähm, also ich nehm immer, ähm, ja, im Hauptquartier so ein bisschen was auf. Dann das Quali, alle drei Teile, wenn wir das schaffen. Und dann das Rennen. Äh, und, ähm, ja. Ja, das Vorgeplänkel und Quali ist eine Folge und Rennen ist dann nochmal eine Folge. Und dann, äh, hab ich immer so einen Rohschnitt von einer Stunde, sag ich jetzt mal. Also, Aufnahmeseite ist ungefähr immer um und bei einer Stunde. Ähm, und, äh, dann, äh, schnippel ich das zusammen. So, total. Dass es so ungefähr 20 Minuten Videos gibt, das ist so das Optimalste. Weil mehr darf es eigentlich nicht sein, weil mehr guckt sich halt keiner an. Ne. Ähm, und es ist auch sonst, äh, ja, das häng ich ja Ewigkeiten im Schnitt, ne. Das ist so. Oh, ich rutsche hier immer auf meinen Stuhl, ey. Das ist... Die ersten, die ersten Rotoren laufen jetzt hier vom Bandu. Richtig geil. Und es kommen halt pro, pro Fabrikator immer drei Stück gleich raus, ne. Oh, das ist schön. Ach, das ist das Alternativrezept, wa? Ja, ja, eben. Also, der stellt halt drei Stück auf einmal her. Bei 100% Auslastung wäre das 11,25 Stück pro Minute. Also, das ist schon richtig geil. Und das mal zwei sind 22 Stück pro Minute. Da kann man schon ganz gut mit arbeiten, was Rotoren angeht. So, jetzt muss ich ja mal gucken, dass ich hier mal weiterbaue. Ach, hier hast du schon weiter... Hast du das schon weitergezogen hier? Ja, natürlich. Wirklich? Wirklich, ne? Es ist 1.000. Es sieht nicht nur wahnsinnig gut aus. Ich bin auch noch geil. Was? Oh, scheiße. Das sieht kacke aus. Ne, das gefällt mir so nicht. Wo ist denn? Sag mal, wo bist du denn? Sag mal, wo hast du mein Förderband hingelegt? Einmal rund um den Planeten, weißt du? Ich bin fertig. Endgame ist erreicht. Ciao. Jau. Jau. Es ist aber ziemlich nah auf der Deezogenbrot, ne? Aber es ist ja eigentlich egal, ne? Wo? Was? Auf der Tube da. Ist ja dafür gedacht. Ja. Ist aber bis jetzt erst ein Video auf YouTube. Ja, genau. Das erste Qualifying in Bahrain. Das ist schon live. Am... Nein, jetzt habe ich das falsche hier weggenommen. Morgen kommt das Rennen. Ähm. Seid ihr sehr gespannt darauf. Das Video ist grandios geworden. Ähm. Und da gibt es auch eine kleine Überraschung. Mehr möchte ich noch nicht vorspoilern. Gerne morgen ab 18 Uhr ist es live. Da gerne einschalten und mal zwischengucken. Es wird... Also... Es ist tatsächlich auch ein bisschen kürzer geworden. Ihr werdet sehen, warum. Ähm. Es ist ein sehr, sehr lustiges Video geworden. Finde ich zumindest. Ach. Kein Material mehr. Schwester. Gucken, was hier in der Kiste noch ist. Wir sind fertig. Nein. Wir sind tatsächlich im Kalender jetzt mittlerweile schon in Kanada. Also ich habe schon die erste... Also ich habe... Wir haben jetzt gestern Folge 7 und 8 aufgenommen. Ähm. 7 und 8? Folge 4 ist auch schon alles vorgecuttet. Ja. Äh. Wir haben uns das so ein bisschen... Ähm. Ja. Wir... Wir nehmen das sehr zeitversetzt auf. Aus dem einfachen Grund. Weil wir beide voll berufstätig sind. Und wir wissen ja nicht, ob wir immer pünktlich zusammenkommen und aufnehmen können. Hallo. Äh. Moinsen. Simi. Alte Hüte. Ja. War da noch Material für mich drin in den Küsten? Warte mal. Was brauchst du denn? Hier. Äh. 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 Verstärkte Eisenplatten. Was brauchst du? Verstärkte Eisenplatten. Ja. Hab ich. Wie viel brauchst du? Äh. Ist ja gar nichts mehr drin davon. Ja alles. Ich hätte nur 78 die ganze erstmal haben. Ja guck her. Danke. Gerne. Ich hab so viel anderen Klumpat. Ach dann könnte ich mal die Kiste hinten auflösen. Da brauch ich ja keine Werkbank mehr. Nö. Ach du schnell ist das ja später. Ja. Wie. Ja. Also. Man muss dazu sagen. Die besten Aufnahmenzeitpunkte sowohl für Rayleigh als auch für mich sind meist abends. Beziehungsweise meist nach meiner Spätschicht. Ähm. Denn dann ist Rayleigh meistens in seiner Dienstwohnung und hat dann da seine Ruhe. Weil seine Kiddies nicht immer um seine Füße rum wühlen. Ja. Und dann nimmt man da meistens noch so ein paar Folgen auf. Dann sind wir mit der Aufnahme aber nie vor. Ich sag mal. Ah. So. Ein Uhr durch. Dann noch zu schneiden. Dann würde ich glaube ich zerbrechen. Ich glaube bis halb zwei oder so habt ihr gemacht ne. Also da hab ich zumindest mein Bruder noch gesehen. Je nachdem wie lang das Rennen noch ist ne. Also manchmal bin ich halt. Oh. Ähm. Ja in alle. Du kommst halt ins Q3 ne. Du fährst das dritte Quali auch noch. Ähm. Und dann dauert das halt noch länger. Ja. Weil du fährst halt alle Sessions. Ne. Ich hab's nur gesehen dass er da noch im Spiel ist. Deswegen. Hm. Ja. Ich war da noch. Weiß ich nicht Joker. Also ich hoffe darauf dass Hintracks mal wieder vor ner Partie ist. Ansonsten zieh ich dem jungen Mann die die Hammelbeine lang. Weil ich hab ja vorher schon gesagt es ist zwar ne Hobby Liga und alles äh. Ja aber überhaupt nicht mehr zu kommen ist aber auch scheiße. Aber wenn er zusagt und dann jedes Mal nicht da ist dann kriege ich die Pimmelotten. Ja. Ja. Und dann werde ich ihm die Hosen bei so stramm ziehen dann weiß er wie er Rennfahrer wird. Das glaube er aber. Weil. Wir anderen nehmen uns ja auch Zeit. Also. Ah warte mal. Ah scheiße jetzt. Hm. Aber es ist irgendwie geiler Blick wenn du unter dem Förderband drunter durchfliegst und nur das Förderband ziehst. Das ist ja lustig. Ah. Hallo. Moin se. Hä bist du durch mich durchgeflutscht oder was? Nee ich steh hier unten. Also. Da. Da. Ich glaube der Post ist von letzter Woche. Letcher Post. Von Syntrax das heißt nicht um 18 Uhr schafft. Achso es war doch irgendwie bei Bekanntschaft ein Freund oder so da war oder wie? Ja er wollte ja keine Ahnung seine seine Kumpels waren irgendwie da und sie wollten ja das Rennen gucken. Also das RL Rennen. Ja. Vor Formel 1. Verstehe ich ja auch. Ne. Und dann aber dann war es ja eh irgendwie durch den Regen dauernd wieder unterbrochen und es sah halt dauerhaft nicht so aus als würde da jetzt noch ein Rennball rauskommen. Sag ich jetzt mal so. Ja. Er hätte auch gleich sagen können hier es wird sowieso nichts mehr dann kann ich auch gleich jetzt mal in meiner Liga mitfahren. Weil bei allen anderen Ligern oder Ligen da nimmt er sich ja auch irgendwie Zeit für. Ja klar. Ja. Der Hund. Das sind halt die kleine Kinder aber. Ja wie gesagt das sind die Hammelbeine lang. Das ist echt kacke. Das ist zwar keine Anwesenheitspflicht und wenn mal was dazwischen kommt kommt auch was dazwischen ne. Also ich bin der Letzte der da kein Verständnis gehabt hat. Aber bei ihnen ist ständig irgendwas. Sorry wenn ich das so sage aber ist halt so. Ne das ist es ist so. Ach toll wie ja kein Material. Das riecht mich auch ein bisschen an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne ist also selbstverständlich. Fynn hatte ich echt überlegt gehabt ob ich das mir zulege das Spiel. Weil es gerade im Angebot ist. Ja. Gerade. Ja. Ja.